Hello, hello meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute erfülle ich einen Videowunsch und zwar wurde ich ganz, ganz oft gefragt, ob ich nicht zeigen könnte, was ich denn zum Weihnachtsfest verschenke. Mache ich sehr, sehr gerne, vielleicht ist eine kleine Inspiration für euch dabei. Mir ist es nur einmal ganz kurz wichtig, noch dazu zu sagen, was ja eigentlich nicht nötig ist, aber ich sage es lieber einmal kurz dazu, dass es alles nur materielle Dinge sind, die selbstverständlich für das Weihnachtsfest nicht wichtig sind, sondern die Zeit zusammen mit der Familie zu genießen, sich schöne Erinnerungen zu schaffen und einfach, ja, schön beisammen zu sein. Das ist das Allerwichtigste für mich vor allen Dingen zum Weihnachtsfest. Aber, ja, so ein paar Geschenke gehören natürlich auch irgendwo noch mit dazu und deshalb drehe ich sehr, sehr gerne dieses Video ab. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, vielleicht holt ihr euch was zu trinken, drückt mal kurz auf Stopp, vielleicht noch einen Zettel und einen Stift, aber ich verlinke euch sowieso alles unten in der Infobox, da müsst ihr auch nicht lange danach suchen. Und jetzt starten wir durch, ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Wir starten mit dem Paketchen für meine Freundin und zwar ist sie schwanger. Die beste Nachricht des Jahres, wirklich, ich habe mich so, so doll darüber gefreut. Und sie wird einige Produkte fürs Baby bekommen und eben auch für sich zur Pflege. Sie hat die Produkte schon bei mir gesehen und war auch total angetan. Immer wenn ich den Liam damit eincreme, sagt sie, hey, der Duft ist so, so gut und irgendwie so von der, ja, dass die Haut so schön weich ist danach. Und das habe ich ihr so ein bisschen nahegelegt. Und sie wird sich mit Sicherheit sehr darüber freuen. Die Marke nennt sich Birds Bees. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Und zwar werde ich ihr unter anderem hier mein All-Time-Favorite schenken. Diese Salve hier, die verwende ich für den Liam und zwar nicht nur fürs Gesicht, sondern auch für den Windelbereich zum Beispiel, die ist wirklich vielseitig einsetzbar. Und zwar jetzt gerade zu dieser trockenen Heizungsluft ist es gut, dass sie die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt. Da sind auch nur natürliche Inhaltsstoffe enthalten. Das heißt, sie unterstützt die Haut und sie pflegt die Haut nur mit natürlichen Sachen, ohne Chemie. Also das heißt, ohne Parabene, ohne Mineralöle. Das ist super, super wichtig, gerade vor allen Dingen für die Babyhaut. Und was ich auch ganz, ganz klasse bei Birds Bees finde, ist, dass sie sich total für die Umwelt einsetzen. Das heißt, die Verpackungen, die sind recycelbar, finde ich richtig klasse. Es gibt ein ganz, ganz großes Sortiment. Wie gesagt, ich habe ja hier auch einiges in Verwendung. Und das hat sie eben gesehen und war total angetan. Es ist alles dermatologisch und pädiatrisch getestet. Es ist wirklich sehr, sehr sanft zur Haut und das war mir eben auch total wichtig. Vor allen Dingen auch, wenn man etwas verschenkt für ein Neugeborenes. Da muss man eben total drauf achten. Ich habe auch einen Rabattcode erhalten, den ich euch jetzt hier mal einblende. Beziehungsweise sowieso alles mal unten in die Infobox aufliste, was sie eben bekommen wird. Unsere Postbotin wird auch noch was bekommen von dieser Marke. Und zwar etwas für die Hände. Denn, ja, ich finde gerade die Postbotin, ne, also ständig mit diesen ganzen Paketen und so weiter, die haben sowieso einen richtig heftigen Job. Auch nicht nur jetzt zu dieser Jahreszeit, was ja richtig heftig ist, sondern eben auch leider wegen Corona. Und ich finde, wenn man ja auch an sie denkt und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ist es auch wieder ein Stück weit Anerkennung. Und deshalb habe ich das hier für sie vorbereitet. Ich werde das natürlich noch einpacken. Und dann kommt wohl noch eine Schachtel mehr sie dazu. Mal gucken. Auf jeden Fall wollte ich euch das auch unbedingt mal zeigen. Deswegen eben als kleinen Tipp, es ist alles dermatologisch getestet, pädiatrisch getestet vor allen Dingen. Schaut es euch sehr, sehr gerne mal an. Ansonsten, ja, machen wir mal mit einem Geschenkchen für mich weiter. Das habe ich mir gegönnt. Habe es ja auch schon aufgemacht und getestet. Und zwar habe ich mir eine neue Lidschattenpalette gekauft. Mit der habe ich mich heute auch geschminkt. Die habe ich bei meiner Freundin Steffi gesehen. Habe sie mir dann bei Purish gekauft. Mit einem Rabattcode. Ich weiß nicht, ob der noch gültig ist. Würde ich euch auch einfach alles mal unten in die Infobox schreiben. Und zwar nennt es sich Nabla. Also das Packaging ist schon mal richtig krass. Die Farben gefällt mir auch richtig gut. Das ist wieder so mein Farbschema. Mag ich sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen dieser Ton hier hat es mir angetan. Und dieser hier. Beziehungsweise dieser hier. Allerdings muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel erwartet. Ich muss noch so ein bisschen rum experimentieren und testen. Vielleicht müsste ich die Pinsel auch erst mal anfeuchten. Ich weiß es nicht. Also so richtig krass pigmentiert sind sie nicht. Aber ich mache da vermutlich irgendwas falsch. Weil bei der Steffi sieht es richtig, richtig gut aus. Aber sie ist ja auch unser Lidschattenmonster. Ja, machen wir weiter mit einem Geschenk für den Liam. Oder mit mehreren Geschenken für den Liam. Sagen wir es mal so. Und zwar liebt er seine Küche. Das war wirklich die beste Investition. Der bespielt die so, so oft und so lange. Vor allen Dingen während ich koche zum Beispiel. Oder wenn ich die Spülmaschine ausräume. Er ist ja so beschäftigt mit dem Gemüse und mit den Eiern. Und dann macht er mir einen Tee und so weiter. Und jetzt bekommt er auch noch eine Kaffeemaschine. Zeige ich euch gleich. Aber ich habe bei Chibo noch eine wunderschöne Schürze gekauft. Die hat mir so gut gefallen. Die hat er jetzt schon bekommen. Weil ich mir gedacht habe, hier mit diesem Weihnachtsmuster. Macht es vielleicht Sinn, wenn er sie jetzt dann schon trägt. Zum Geburtstag hätte er eigentlich auch, wie gesagt, eigentlich diese Kaffeemaschine mit dem Toaster bekommen. Aber er hat zwei Geschenke von Max bekommen. Einen Grill und eine Zaubertafel. Die hier. Damit hat er mega, mega viel Spaß. Also erstmal war er total verdutzt, dass sein Bild verschwunden ist, nachdem er hier so das Ganze bewegt hat. Finde ich aber richtig klasse, dieses Teil. Für wenig Geld hat er hier und da auf jeden Fall mega, mega viel Spaß. Der Grill, mit dem hat er auch sehr viel Spaß. Ist aber alles aus Plastik. Da habe ich ein bisschen mit Max geschimpft. Aber der Max kennt sich da nicht so gut aus. Und es ist ja süß, dass er dahingehend an seinen Bruder gedacht hat. Und wenn der Liam Spaß hat, ist das natürlich die Hauptsache. Hier ist der Toaster drin und die Kaffeemaschine. Ich blende es euch mal ein. Auch das ist wieder herz aller Liebes gemacht. Hier von Alice und Fox. So nennt sich die Marke. Er ist von Jolly Room und er hat ja mehrere Sachen von Alice und Fox. Und da muss ich sagen, stimmt absolutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie hochwertig die Sachen sind und ihr aber jetzt nicht Unmengen an Geld ausgeben müsst. Richtig, richtig klasse. Dann hatte ich ihm zum Geburtstag noch was beim Aldi mitgenommen, beziehungsweise Lidl. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und zwar ist das eine Pizza. Blende ich euch mal ein. Hat er jetzt dann zum Geburtstag auch nicht aufgemacht. Weil ich finde, dass die Kinder wirklich nicht überschüttet werden sollten, weil sie schnell überfordert sind. Und deswegen haben die zwei Geschenke von Max definitiv gereicht. Und ich finde gerade die Kinder, die verstehen das sowieso nicht, ob das jetzt an Heiligabend aufgemacht wird oder eine Woche später. Also deswegen ist jetzt hier das zum Beispiel auch noch verpackt, weil ich einfach gemerkt habe, dass es definitiv reicht. Da ist noch was von Play-Doo drin. Ich zeige euch gleich noch eine andere Version, auch richtig süß. Ansonsten hatte ich ihm noch dieses Buch hier gekauft. Das wollte ich euch auch noch empfehlen, weil das wirklich herzallerliebst gemacht ist. Das habe ich bei Hugendubel gekauft für 9 Euro. Und zwar hat es unser kleiner Wichtel mitgebracht. Wir haben auf dem Sideboard so eine kleine, ja, wie so ein kleines Dorf. Ich habe Kunstschnee hin und so kleine Häuschen mit einem Licht. Er ist richtig süß und der Liam weiß, dass der immer nur nachts kommt, aber keinen Quatsch anstellt, sondern dass er ihm einfach nur das Buch gebracht hat und ich ihm dann da immer schön draus vorlese. Der Liam liebt es übrigens, sich Bücher anzuschauen und ist da total fasziniert. Vor allen Dingen finde ich das Buch hier so, so schön gemacht. Hier, ich hoffe, dass ich es gut einfangen kann mit dem Gold. Dann liebt er den Esel, die Schafe. Also richtig goldig ist das gemacht. Und Bücher im Allgemeinen finde ich total schön, wenn Kinder sich einfach damit beschäftigen und sich das Ganze anschauen, ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Ich habe noch ein anderes Buch, das Pop-Up-Buch meiner Jungs, das ist auch schon 15 Jahre alt. Also wir haben wirklich viele Bücher, unglaublich viele, aber mit dem ist er eben auch gerade total beschäftigt, wenn es dann so aufgeht und die Figuren so rauskommen und der Käfer. Also da ist er wirklich sehr, sehr begeistert und ist da auch bereit, quasi das Ganze so auf sich wirken zu lassen und damit zu spielen. Ansonsten muss ich euch unbedingt noch dieses Schaf hier vorstellen. Das ist so, so süß. Schaut mal. Das ist so goldig. Play-Doo erinnert mich total an die Kindheit der großen Jungs. Vor allen Dingen dieser Duft, das erweckt wirklich die absoluten Kindheitserinnerungen. Vor allen Dingen wegen der Farben und der Formen. Das ist ja auch gut für die Kreativität der Kinder. Ja, ihre Fantasie wird angeregt und vor allen Dingen auch die Feinmotorik. Richtig, richtig toll. Schaut euch das sehr, sehr gerne mal an. Falls eure Kinder eben auch gerne kneten. Das war übrigens die Pizza, die ich vorhin gemeint habe. Da habe ich dem Liam auch noch ein paar andere Sachen bei Aldi gekauft. Die waren da damals im Angebot. Und die Pizza, da habe ich einfach auch gemerkt, dass es wieder zu viel ist. Man sollte ja auch manchmal Sachen einfach wegpacken, die dann auch irgendwann mal wieder rausholen. Dann verlieren sie auch nicht so die Lust daran, ne, an dem Spielzeug. Weil sonst wird es, wie gesagt, einfach zu viel. Deswegen weiß ich nicht, ob es zu Weihnachten geschenkt wird oder in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ne. Ich habe es halt einfach mal mitgenommen, weil der Liam, wie gesagt, super gerne in seiner Küche spielt. Ansonsten kommen wir jetzt mal zu anderen Sachen für etwas größere Jungs. Zwischen sechs und zehn Jahren hier Power Ranger. Total aktuell. Meine großen Jungs haben das gesehen und haben gesagt, Mama, alles klar bei dir? Die haben so, so gern da mitgespielt. Und das ist so toll. Hat ganz, ganz viele Soundeffekte. Ich glaube, über 20 mit Lichtern und so weiter. Und vor allen Dingen finde ich es richtig cool, weil es unter die Top 10 der Spielsachen nominiert wurde. Genauso wie Transformers, zeige ich euch auch gleich. Ja, und die Kinder können ganz einfach ihren Superhelden nachspielen. Genauso wie hier bei Transformers. Moment, nicht runterfallen. Hier bei dem hier zum Beispiel. Mega, mega cool. Auch hier können sie wieder Szenen aus der Serie nachspielen. Vor allen Dingen, was ich auch noch cool finde, wenn man dem was zuruft, dann klappt sich quasi das von vorne nach hinten und andersrum. Und man kann dieses Teilchen hier nicht nur zum Roboter transformieren, sondern auch zu einem Auto. Also da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch wieder richtig cool. Und auch dieses hier wurde nominiert zu den Top 10 der Spielsachen. Mega cool. Ja, ansonsten habe ich jetzt dann noch für meine Mama ein großes Paketchen schon vorbereitet gehabt. Allerdings wollte ich ihr zwei Sachen zuschicken. Aber meine Mama hat gesagt, stopp, schick nichts mehr, weil die italienische Post nimmt scheinbar nicht mehr so viel an aus dem Ausland. Und da wäre mir das definitiv zu gefährlich gewesen. Ich erzähle euch dann davon mal in einem Vlog. Und zwar wird es ein neues Gerätchen für die Mama geben, ein Staub- und Wischroboter. Also so ein Riesenteil habe ich auch. Und die Mama freut sich immer, sagt, teste du es erst mal, zeig es vielleicht als Inspiration auch für die Zuschauer. Und dann kann sie es immer noch verwenden oder, ja, dass ich es ihr dann eben erst zuschicke. In dem anderen Paket hatte ich ihr eine dicke Winterjacke mit rein. Denn bei meiner Mama liegt Schnee in Italien, im Süden Italiens, ganz weit unten liegt Schnee. Ja, und dann habe ich ihr ganz viele deutsche Spezialitäten mit rein, die sie liebt. Unter anderem Spekulatius, Mozartkugeln, Lebkuchen, Baumkuchen und so weiter. Und ein Parfüm habe ich ihr noch mit rein und eine wunderschöne Leonardo-Tasse mit ihrem Sternzeichen. Auch richtig, richtig schön. Leonardo hat ja auch wunderschöne Sachen, gerade jetzt zu Weihnachten. Und da gilt ja mein Rabattcode das ganze Jahr. Also falls ihr euch da auch mal umschauen möchtet. Ansonsten noch als kleinen Tipp für euch habe ich bei Müller gekauft. Und zwar hat der Liam das jetzt heute im Auto entdeckt und deswegen hat er es ausgepackt. War eigentlich auch für seinen Geburtstag geplant. Hat 13 Euro gekostet. Weil wir bei einer Freundin waren und er so schön mit einer Puppe gespielt hat. Und mir irgendwie klar wurde, dass wir keine einzige Puppe hier haben. Und der war so süß bei meiner Freundin. Und dann dachte ich, ja komm, 13 Euro oder 14, so um den Dreh, 13,99. Und er hat jetzt vorhin total süß der Puppe dann so die Milch gegeben und wollte dann baden. Und wollte ihr dann Essen geben. Also total goldig. Dann wollte er ihr noch eine Windel anziehen. Richtig, richtig süß. Ich hatte jetzt keine Puppe mehr von den Jungs da. Und deswegen durfte die mit. Eigentlich, wie gesagt, zum Geburtstag. Ja, und jetzt kommen wir noch zum Weihnachtsgeschenk für die großen Jungs. Zum einen haben sie allerdings schon bekommen ein neues Monopoly-Spiel. Das ist jetzt noch eingeschweißt. Das ist nämlich für euch. Ich werde drei von diesen Spielen an euch verlosen. Das ist ein ganz neues. Und zwar nennt sich das Monopoly für schlechte Verlierer. Ihr wisst ja, dass der Max der absolute Monopoly-King ist. Also wir haben Monopoly in allen möglichen Varianten. Von Banking, Spongebob, Schlag mich tot. Also der liebt es, Monopoly zu spielen. Und wir haben das jetzt schon aufgemacht. Wir haben es auch schon gespielt am 2. Advent. Und das ist wirklich witzig. Also es ist nochmal eine andere Variante. Aber es ist so, so lustig gewesen. Hier vor allen Dingen mit diesem Typie hier. Wir haben uns immer alle darum geschlagen, wer diesen hier bekommt. Da brauchen wir aber drei von diesen Marken. Also egal, falls ihr gerne mit euren Kindern spielt. Beziehungsweise vielleicht was für euer Patenkind. Oder für eure Kinder eben, wenn sie im Allgemeinen gerne auch mit ihren Freunden sowas spielen. Also der Max spielt es auch mit seinen Kumpels. Also gar keine Frage. Er liebt es, Monopoly zu spielen. Und seine Kumpels eben, wie gesagt, Gott sei Dank auch. Gibt es eben auch bei Müller. Jetzt hätte ich ja fast das Wichtigste für meine Kinder vergessen. Also für sie ist das das Wichtigste. Für alle, die sich jetzt gewundert haben und sich gedacht haben, schenkt sie jetzt ihren vier Jungs nur ein Monopoly-Spiel? Nein. Die Jungs haben sich die Playstation 5 gewünscht. Werden sie auch bekommen. Steht schon da hinten. Bereit. Für alle vier eine. Klar. Und ansonsten hat der Gianluca sich noch ein paar neue Schuhe gewünscht. Und der Alessandro wollte noch eine neue Lampe für sein Zimmer. Ist auch schon bestellt. Und vielleicht gibt es da noch die ein oder andere Kleinigkeit. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe vielleicht auch das ein oder andere vergessen. Aber ich würde sagen, ich denke, das reicht. Hier an dieser Stelle. Vielleicht war ja eine kleine Inspiration für euch dabei. Wie gesagt, viel wichtiger ist die Zeit, die man miteinander verbringen kann. Mit der Familie eben. Was ja in diesem Jahr doppelt und dreifach so schwer wird. Leider. Aber wir müssen einfach stark sein. Und wir müssen wirklich das Beste draus machen. Ist leichter gesagt als getan. Da kann ich ein Lied von singen. Ja. Meine Lieben. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich hoffe auch, dass ich jetzt in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr vloggen kann. Es ist schwierig. Mit diesen ganzen Männern zu Hause fast keine Chance. Aber ich gelobe Besserung. Und ich hoffe, dass ihr euch freut über dieses Video. Und ja, jetzt verabschiede ich mich von euch. Bleibt mir bitte alle gesund. Passt gut auf euch auf. Und habt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020